Janu Vajra Kuremasana, die Schildkröte mit Knien im Diamant. Vishnu Prema zeigt, wie es geht. Ausgangsposition ist Vajrasana, der Diamant, also Fersensitz. Von hierbei gib die Knie auseinander und strecke die Arme nach vorne. Gib dabei den Brustkorb auf den Boden, soweit es geht, und die Stirn auf den Boden. Diese Stellung wird auch genannt Ardha Kuremasana, die halbe Schildkrötenstellung. Sie kann aber auch genannt werden als Janu Vajra. Vajra heißt Diamant, aber auch Donnerkeil und Blitz. Die Beine sind also wie ein Blitz und daraus beugst du dich nach vorne. Und in dieser Stellung werden Knie und Hüften wunderbar gebeugt und damit die Flexibilität dieser Gelenke gefördert. Der Bauch bekommt eine gute Massage, was sehr gut ist für die Bauchorgane. Es ist auch eine schöne Stellung, um Kontakt zur Erde aufzunehmen, um dich mit Mutter Erde verbunden zu fühlen. Janu Vajra Kuremasana ist auch eine Form der Hingabe und der Gottesverehrung. Janu Vajra Kuremasana hilft auch zur Ruhe zu kommen, Vertrauen zu bekommen und zu entspannen.